So, schönen guten Morgen. Der vierte Tag ist angebrochen. Heute wird mal nichts gemacht. Heute wird nur am Pool gechillt. Und hier ist nochmal der Frühstücksraum. Wir haben den kleinen Billardtisch. Frühstücksraum, Aufenthaltsraum. Und ja, so viel zu dem Gelände. Mehr gibt es auch nicht zu sehen. Da vorne ist auch schon gleich die Straße. Alrighty Folks, wir sind jetzt hier gerade an einem Street-Food-Stand. Das müsst ihr euch mal anschauen hier. Barbecue. Beef Barbecue. Das wird dann so Hot Toad-ähnlich fertig gemacht. Jeff hat schon seines hier am Start. Wie ihr sehen könnt. Fällt gut? Und das für einen Dollar. Einfach geil. Richtig geil. Also dann, tschüss. Guten Appetit. So sieht's aus. So, jetzt haben wir uns hier gerade mal zweimal so ein Zuckerrohrwasser bestellt. Für die Maschinen dazu. Da wird der Zuckerrohr ausgedrückt. Und dann gibt's da ein leckeres, gesüßtes Wasser. Und das wird wiederum natürlich, wenn es dann destilliert wird, zum Cachaca. Und vom Cachaca dann später zum Rum. Und ja. Das genehmigen wir uns jetzt. Tschüss. So, liebe Leute. Heute essen wir mal was Außergewöhnliches. Und zwar haben wir hier eine Spinne. Spinnen, wie ihr seht. Der Jeff is eine Spinne und ich esse einen Skorpion. Hier haben wir auch noch Frische. Hier sind irgendwelche Riesen. Das sieht aus wie eine Kakerlake. Aber okay, ich weiß nicht. Also, Jeff. Dein Austritt. Alrighty. Die Power hier. Mund auf, Mund auf. Okay. Jawoll. So. So. So, I can eat this. Für mich gibt's den Skorpion. Ok. Voll lecker. Mhm. Sehr lecker. Da war ein Essen hier. Fühl. So, wir befinden uns gerade in der Pub Street. So, wie ihr es schon hören könnt, gibt's hier etliche Bars, Clubs. Nightlife. See you in Rio.